SAT, diese drei großen Buchstaben SAT, stehen für selbstbestimmendes Arbeiten im Team. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Dienste flexibel zu gestalten. Wir haben verschiedene Module und hier haben Sie auch die Möglichkeit, Ihren Einsatzort und Ihre Tätigkeitsfelder zu benennen. Und wir sind schon ganz modern unterwegs, nämlich mit einer App. Untertitelung des ZDF für funk, 2017